Der Klaas Jaguar ist die Grundlage für mein Business. Er ist eine moderne Maschine. Die Milchbauern schätzen es, wenn wir die Jobs in kurzer Zeit abwickeln. Ich bin Frank Borba aus Modesto, Kalifornien und Lohnunternehmer. Zurzeit haben wir drei 900er Klaas Jaguar. Das ist eine Maschine, die du kaufst und sie macht einfach das, was du willst. Wir bedienen eine ziemlich große Region hier. Mit dem 980er häckseln wir bis zu 3000 Tonnen am Tag und jährlich ernten wir zwischen 2400 Hektar und 3200 Hektar. Den Hauptvorteil des neuen Jaguar sehen wir in der weiterentwickelten 28er Messertrommel. Sie schneidet sehr gleichmäßig und braucht nicht so oft geschliffen werden. Für die Maisernte bauen wir die Hälfte der Messer aus, dann bekommen wir längere Schnittlängen, die wir für Shredledge benötigen. Die Trommel von 28 auf 14 Messer umzubauen ist wirklich leicht. Die Anpassung der Messerträger, der Einbau der Corncracker mit Riemen, der Umbau von Gras auf Mais ist sehr einfach. Wir machen recht viel Shredledge hier und mit 5 Hektar pro Stunde kommen wir ganz gut voran. Der Hauptvorteil sind sicherlich unsere Händler vor Ort. Die kümmern sich um alles, ob sie damit Gewinn machen oder nicht. Sie stehen hinter Glas und unterstützen uns. 2009 fuhren wir für einige Zeit Wettbewerbsmaschinen. Aber als der Anspruch an bessere Körnerzerkleinerung anstieg, sind wir wieder bei Glas gelandet. Der Cracker ist viel besser konstruiert und deutlich zuverlässiger. Insgesamt ist es viel einfacher, mit dem Jaguar zu arbeiten. Das ist viel besser konstruiert und das ist viel besser konstruiert und deutlich zuverlässig. Untertitelung des ZDF, 2020